Willkommen zurück zu Let's Play Spellforcer, hier auf Dorn, mit seinem Eindruck. Auf mein Zeichen! Und los! Für den Orden! Immer noch in der Kartenmarkt, immer noch dabei, ein bisschen was zusammenzuschlagen. Wir werden angegriffen! Ich bin ein Necromant, alle ganz egal. Alle sind willkommen. Schlagt sie zurück! In die Schlacht! Jeder kommt mal dran. Zur Ehre Aoneers! Kann er, du bist cool. Zum Angriff! Wer kannst du das? Die Linien müssen halten! Und los! So, ah! Werden wir können? Sofort! Malverin ist da zugekommen! Auf mein Zeichen! Ich wollte ja unbedingt an einem ganz fernen und wenigsten untergeboren werden. Mir nah! Und los! Haben schon das Portal gefunden. Ins, äh... Tal der Grauen Schatten. Oder auch gesagt, ins Grauschattental. Ich hätte es so formuliert. Ins Grauschattental. Das ist Teil der Grauen Schatten. Wo ist der Unterschied? Ist sowieso dasselbe. So, jetzt machen wir noch mal... Okay, mal noch die... Okay, mal noch die... Okay, dann... Okay. Schnell! Jetzt holen wir uns erstmal... Die Nekromanten oder die Hexer, die unsere... äh... Priesterin letztes Mal... Ähm... So... Schroff getötet haben. Sofort! 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 mit in die Klamotten töten. Ist das halt ganz einfach. Solange wir das schaffen. Schließt die Reihe! Schließt die Reihe! Schließt die Reihe! Feindlicher Angriff! Runenkrieger! Zu mir! Halten durch! Männer! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Vornein! Schließt die Reihe! Ich hab's geahnt! Ich hab's geahnt! Nicht schon wieder! Auf mein Zeichen! Schließt die Reihe! Und los! Ich hab's geahnt! Vorwärts! Ein toter Runenkrieger! Noch einer! Zur Ehre Aonius! Stehe bereit! Gleich hier hinten hinkommen! Zu Befehl! Auf mein Kommando! Auf mein Kommando! Sofort! Ich nehm das! Es muss man sich nicht leafieren! Sofort! Das ist nehm ich dann hier nicht mehr! Musik Unser Wolf lädt immer noch, also... Und los! Wenn ihr jetzt einmal spielt, nehmt den Wolf mit, der ist echt geil. Tana! Wir sind nicht ganz fertig nach dem hier, denn wir müssen ja noch einen Riesen töten. Und los! Irgrö! Wie heißt... Vorwärts! Der Bauer Bronn seine... Schnell! Seine Kühe stehlt. Ein Helm... Vorwärts! Kämpft, Männer! Geist, oh! Ich stehe bereit! Ich stehe bereit! Bereit! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Runenkrieger! Zu mir! Verstärkt die Deckung! Lagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Sie sind überall! Die Rune wird sofort ausgeführt und verzüglich! Verstärkung! Wir werden angegriffen! Hier! Der zu fünft! Für den Orden! Der Nächster muss dran glauben! Der Nächster muss dran glauben! Wir werden angegriffen! Schlag! Schlag! Sie zurück! Tana! Ich helfe dir! Die Rune wird hier! Ich helfe Tana! Oh mein Gott! Schlag! Ich helfe Tana! Ich helfe Tana! Du musst nicht mitkommen! Auf mein Kommando! Schnell! Die Rune befehle! Wird sofort ausgeführt! Auf mein Kommando! Vorwärts! Arach! Arach! Jalson! 14er! Du Scheiße! Hier! Mein Gott! Schlag! Schlag! In die Schlacht! Das wird jetzt irgendwie schweres, oder? Zur Ehre Aonius! Hier noch Zauber, Magie aufspüren, Skelett beschwürmen, Akkursband! Vorwärtschiffstuch 3, Aura der Stadlerstuch 3, und ein... ... und 6. Wir haben noch einen scharfen Krummsäbel und eine Elfnummer. Elfenabwehrschutz. Schnell! So, das war's doch eigentlich erstmal. Mir nach! Jetzt müssen wir noch Völker töten. Völker. Oh, bis dann! Folgt mir!